Das hier ist ein Ingenieurbauwerk. Das sind Ingenieurbauwerke für die Deutsche Bahn. Das ist ein sehr großer Auftrag und ein wichtiger Auftraggeber für uns. Wir sanieren hier bzw. bauen Eisenbahnen wirklich neu. Die 630 ist also sehr kompakt. Ich komme dort auch an enge Baustellen dran und enge Wege. Und die Option, die wir hier noch gewählt haben, dass er eine Kernbedienung mit dabei hat, macht ihn noch flexibler einsetzbar. Das heißt, der Kranfahrer kann hier auch an Stellen, wo er alleine ist, direkt selbst anhängen und das Gerät mit ihm. Die Kranfahrer 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 Die Kranfahrer